Musik Seit jeher besitzt dieser Ort auch strategische Bedeutung. Die Menschen haben sich hier wohl gefühlt. Kein Wunder, denn in Niefern-Öschelbronn kommt buchstäblich einiges zusammen. Genau in der Mitte zwischen Stuttgart und Karlsruhe bündeln sich zahlreiche Verkehrswege. Der idyllische Ensthalradweg führt hier vorbei. Dann die Autobahn, eine Bundesstraße und die Bahnlinie. Sportliche Touristen und Geschäftsreisende schätzen die Gastlichkeit von Niefern-Öschelbronn. Faszinierende Blicke auf die Historie eröffnen sich an vielen Stellen. Zum Beispiel hier, in der alten Schmiede von Öschelbronn. Musik Mir sind die Räumlichkeiten hier in der unteren Ebene sehr gut bekannt. Ich war öfters mal hier gestanden, auch an der Esse da drüben. Und hat mir auch das ein oder andere Mal eine Maschine erklären lassen, was damit gemacht wurde. Technische Findigkeit und Fleiß, zwei starke Komponenten der örtlichen Mentalität. Natürlich sind beide Ortsteile verschieden, auch in ihrer Mentalität, in ihrer Denkweise. Ich denke, das gerade gibt auch die richtige Mischung. Der Wirtschaftsstandort blüht und wächst. Florierende Unternehmen mit Tradition und Perspektive sind hier zu Hause. So viel Innovationsgeist in einer Ortschaft beeindruckt. Die Rahmenbedingungen für das Gewerbe stimmen hier. Die Niefern-Öschelbronner sind insgesamt, was das Gewerbe angeht, aufgeschlossen. Mehr als ein wichtiger Arbeitgeber, die Klinik Öschelbronn. Das Zentrum für integrative Medizin. Musik Ein wertvolles Stück Ökologie. Das Wasserkraftwerk an der Enz versorgt rund 400 Haushalte mit Strom. Musik Ihr sauberes, gesundes Trinkwasser gewinnt die Gemeinde aus fünf eigenen Tiefbrunnen. Musik Der Fachwerk umsäumte Marktplatz im Ortsteil Öschelbronn lädt ein zum Feiern und Genießen. Musik Das Zentrum von Niefern ist geprägt von der Kirche St. Marie. Sie gilt als einer der bedeutendsten mittelalterlichen Sakralbauten im Enz-Kreis. Alles andere als mittelalterlich, die neue Ortsmitte mit modernem Wohnen und exzellenter Nahversorgung. Nur ein paar Schritte weiter? Auch hier können die Niefern Öschelbronner nach Lust und Laune einkaufen. Neue Gebäude Alte Gebäude Reiche Historie und dynamische Weiterentwicklung begegnen sich hier auf Schritt und Tritt. Die Sportvereine genießen ideale Bedingungen. Musik Überhaupt sind die Vereine ein wertvoller Teil des sozialen Lebens. Musik Immer mehr Menschen schätzen die Annehmlichkeiten des Wohnorts Niefern-Öschelbronn. Traumhafte Lagen, beste Infrastruktur, tolle Freizeitangebote. Hier lässt es sich leben. Musik Sage und schreibe sieben Kindergärten gibt es in Niefern-Öschelbronn. Musik Außerdem Grundschulen, Werkreal und Realschulen. Musik Und immer wieder das Wasser. Es spielt in dem auch Brunnengemeinde genannten Ort einfach eine prägende Rolle. Musik Wasser ist immer ein Stück Lebensqualität. Etwas, das den Menschen gut tut. Musik Es kommt tatsächlich einiges zusammen. Hier in Niefern-Öschelbronn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020